Vielen Dank. Ne, Jan. Achso, ich hab ein Wort geschrieben. Ich hab ein Wort geschrieben. Ich bin eigentlich soweit fertig. Aber wie soll ich das denn machen, Mann? Ich konnte es nicht machen. Also, ich hab die Zeit so gewählt, dass der Timer erst aktiv ist, wenn die meisten fertig geklärt haben. Ich glaub, wenn mindestens drei oder vier fertig gedrückt haben. Also jetzt bei den Worten ging es bei drei schon los mit dem Timer. Ich hör mal dieses Hintergrundgeräusch. Da ist eine Stimme im Hintergrund. Ja, ich hör die auch. Okay, dann bin ich nicht paranoid. Ne. Herzlichen Dank, Toxibomb. Sie sind ein sehr netter Mensch. Wenn Rookie streamt, hast du auch immer am besten ihren Freund im Hintergrund. Sogar manchmal besser als sie selber. Ja, aber Saibu haut immer komische Sprüche raus. Das find ich immer lustig. Wenn Saibu was im Hintergrund sagt. Also, ich wär auch soweit. Ja, ich glaub, ich bin auffällig. Ja, ja. Ich brauch nur noch ein paar Striche und dann... Achso, ich dachte, du wolltest sagen, du brauchst noch ein paar Stunden. Ne, ne. Nur ein paar Striche. Bin mir nicht sicher, ob's das ist, was da verlangt wird, aber... Bin mir nicht sicher. Na, Silvas. Das sieht auch aus. Na, egal. Scheiß drauf. Das Punkt wird dann eben hängen, wenn ich's nicht tun will, dass ich das Spiel versuch. Ne, mach's nicht. Ich hab's schon ein paar Mal gefragt, aber... Ja, bitte. Hörst du dich noch an das letzte Mal, wo wir... Ich weiß gar nicht, wie ging das erst los? Das war... Anfangswort war, glaub ich, Babyphone und irgendwann kamen wir bei Brandstift da raus, oder? Ja. Ja. Ach komm, bei dem... Ich hab's sogar noch, den Giff. Ich hab mir das auch gespeichert. Bei dem Punkt hatte ich echt meinen Spaß. Oder bei Menschenmasse mit meinem Alien. Ach, wie im Telefon. Ach, so scheiße, ich krieg's. Ähm. Äh. Hä? Was ist das? Boah, ähm. Was ist denn da? Was? Ähm. 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 Was ist da drin? Hallo, Hermi. Hallo, Hermi. Hallo. Wollt's nicht mitspielen? Trinkt der das, oder was ist da... Hast du noch den Lolli? Mit dem... Ähm. Ja, müsste ich noch haben Schickst du mir die Nummer bitte? Sehr gerne Alter, wieso haben schon sechs Leute gedrückt? Nein, ich wollte nicht fertig mit Schreiben Scheiße Wieso haben schon vier Stück Wieso haben schon vier Stück Fertig gedrückt? Nein, wir sind in Runde vier Wie soll das sein hier? Ich kam jetzt nicht zum Fertigschreiben Es tut mir leid, wer auch immer das gerade erwischt hat So Wie soll das denn machen? Du, das frag ich mich auch gern, aber egal Das sieht nachher aus wie Scheiße Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das sein soll Geht das schon wieder los? Was ist das, wer ist das? Was soll das sein? Ja, für so ungefähr Ähm Oh, ich Was? Nein, nein Ich möchte nicht wissen, wie es aussieht, wenn wir dann mit der Einwortregel spielen oder Computerspiele oder Frühbedingungen oder Getränke Also Ich gebe mein Bestes hier Ist auch Dass es verdammt schlecht aussieht 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 Hm Was male ich da eigentlich? Ich weiß nicht mal, was ich hier male Ich auch nicht Ich auch nicht Also Ich hab mir das ein Das Wort, was ich hier hab, ist eigentlich einfach Aber ich stell mich grad so blöd an Aber ich bin fertig Du auch, ich auch Mit der Welt sowieso immer Hast recht Matze, das ist echt geil Das sieht ein bisschen komisch aus Das sieht sehr, sehr komisch aus Den machen wir nicht so Das kann man nicht erkennen Ich hab das Leute, ihr macht mich fertig, ey Ich hab das Wir haben doch nicht mal richtig angefangen, alter Erste Runde ist schon vergangen Echt, ey, der Abend ist jung Das fängt doch immer so an bei uns Blonde Mähne Oh, hab ich blond gehört? Meinst du etwa Blondi? Ja Meine Katze hat mich grad mit einem Sprung von der Anbauwand verabschiedet Und gleich erst mal ein paar Sachen mitgerissen Sauber gemacht Katze Toxibomb, wenn sie aber möchten, können sie gerne mit zeichnen Ist gar nicht so schwer Das sieht richtig komisch aus Mach doch mal mit, dann zeichne mal selber, du Vogel Genau, Mann Ich bin auch fertig, kann ich fertig drücken? Nee, dann fängt der Timer an Okay, dann warte ich Nee, bei vier Leuten glaub ich, oder? Ich weiß es nicht Ich drück gleich, dann können wir es testen Ja, drück mal Ich hab gedrückt Ich hab noch vier Leute Kam nischt an Ja, sollte man verstehen Wir haben Zeit Kein Stress Wir sind ja nicht auf der Flucht und nicht auf der Arbeit Das sieht aus, als ob der sich ein Behn gebrochen hat Scheiße Ich lass es, ich lass es so Hä? Weben? Boah, das Schreiben hier mal Das ist doof, ey Ja, hi Wieso hast du so was schweres, oder was? Ja, ich weiß nicht, wer das sein soll Wer? Ja, das hier Ey, jetzt will ich deinen Stream gucken Nee Ist nicht Das wär erschienen Nett, ich kann ja deinen Stream nicht gucken Ich müsste es ja auf dem Tablet gucken Und auf dem Tablet malen Du kannst, du kannst dann später Ich war nämlich, ich hab's nämlich in Schlauber Du siehst doch Entschuldigung, jetzt habe ich sie geduzt Äh, ich meine, äh Sie sehen doch, dass ich selber, äh nicht wirklich ein Profi im Zeichnen bin Äh Willst du jetzt weiter wollen? Achso, du kannst dann, wenn die Runde vorbei ist Die Chats, die, die Chats Zumindest kannst du abdocken Dann kannst du den Chat auf dem Desktop verfolgen Das ist Das ist so unfair, ne? Was? Ich will auch auf einem Tablet malen Ein PC kann ich nicht malen Und normalerweise mal ich Uh, frag mein Mann Du Ich würde auch gerne ein Stück malen Ich kann nichts dafür, dass mein Tablet, äh dass mein Laptop schon versage Ich würde auch gern mit Als Linkshänder mit der linken Hand zeichnen Aber ich komme mit der Maus mit der linken Hand nicht klar Deswegen muss ich mit rechts Weil das sieht alles immer geändert aus Ich hätte aber auch gern lieber einen Stift Ähm Aber du, ganz ehrlich, mit Tablet macht's Schreiben und nicht einfacher Na gut, aber mit dem Tablet, da kannst du ja immer noch eine Tastatur anschließen Ja, ich meine aber jetzt auf dem Bild Kann ich nicht Ich hab ja externe Tastatur, weil letztes Mal ist irgendwie die, äh Externe Tastatur, welche eine Ehre Das wäre sehr, 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 sehr cool, wenn sie auch mitmachen würden Was ist denn jetzt hier? Maffi ist Linkshänder Oh, Entschuldigung Ja, Maffi ist Linkshänder, hat er doch einen Abo Ich bin Linkshänder, ja Was ist das denn? Was ist das denn? Wer ist denn das? Boah, leck mich am Arsch Was ist das denn? Äh, äh Ähm Äh Ähm, boah Ja, Hermi, dann komm dazu Wer ist denn das? Äh Oh, ich rate Oh, ich hab schon gedrückt Entschuldigung Ja, ich auch Ich auch Also, ich weiß ja nicht, was das hier sein soll, aber der sieht So schnell rum, naja Was? Was sind das für Wörter, also wir müssen die Da fehlt ein Buchstabe Ja Boah, ne Ähm Oh Gott, ey Ich steh grad aufm Schlauch mit den Worten, ne Ähm Ich weiß die Farben nicht, ich bin kein Ich hab keine Ahnung von Ich hab keine Ahnung von DC Ich bin, äh, Marvel Geschädigt, was ist das? Was ist das nochmal? Maffi, was hast du jetzt grad gesagt? Irgendwas mit DC hab ich hier Mit? Und DC, ich hab keine Ahnung was ich hier Okay, dann glaub ich, bist du nach mir dran Okay, gut doch dann Okay, gut doch dann Ich weiß es nicht Dann hab ich richtige Ich weiß, was ich jetzt sag Oh, nein Kann man so lassen, oder Leute? Oh Nein, so nicht Bitte nicht fertig drücken, ich hab mich grad total vermalt Krass Krass Weck mich doch, man Denk ich mir auch grad Ja, ist Salü Wer ist Salü? Hallo 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 Hallo, das ist der Hermi Ach Hermi ist ganz schön leise, was ist bei dir los? Äh, Krüppelhand Oh Gott, ich kann überhaupt nicht schreiben, ey Ich muss mal Manki sagen, du hast echt ne angenehme Stimme Ich mag deine Stimme Was? Oh la la Ich hasse deine Stimme Oh, 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 warum? Oh, das macht mich ganz kurz Weiter komm ich nicht normal Ey, scheiße, wie soll ich das machen? Scheiße, was ist das? Mal ein Typ mit zugenähtem Stimmt Ja Wie? Warte, oh, stimmt, du hast recht Jetzt hast du dich verraten, du Trottel Ich hab jetzt sowas aus Langeweile gemalt Nein, jetzt hab ich halt schwarz gemacht Oh, leck mich am Arsch Du kannst doch zurück Ja So, äh, Hermi, der Kanal, äh, der Link ist im Link Kanal für Spiele Kannst doch dazu stoßen Sehr schick mal Wir sind noch fast mit der Runde durch Ja Wir machen wieder mit Vorlesen, oder? Ja Also, dass der Computer seine, ihre, seine angenehme Stimme vorliest Ja Das muss doch, äh, aber Na gut, musst du gucken, weil sonst hört ihr das bei mir doppelt Ich muss das dann bei euch verraten Ach, ey, jetzt kannst du nicht Wie, wie soll man das malen? Ich weiß nicht mal, wer der Typ ist Ja, das frag ich mich auch ständig Schon wieder Ja Ja Hat das was nicht vor uns schon erst? Ja Das sieht gut aus Äh, oh Gott Wer ist schon fertig? Wer bleibt? Wer bleibt? Wer bleibt? Ups Äh Schuldig Meine Frage Ich bin jetzt extra wieder auf Bearbeiten gegangen, dass hier noch mehr Zeit dauert Nein Nein Oh je, oh je Warte, das wird nix mehr Nee, die Zeit läuft Ja, dann kann ich auch auf Fertig gehen Ja, dann wird schon richtig Was, wo die Legionen sind? Kriege ich das noch hin? Nö Ja 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 Michi, los, ich kenne dich an, los, los, los Ich hab's geschafft Was 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 ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Dunkelfell? Geschichte Aha Was soll das denn sein? Hilfe, Maffi kriegt meine Brille auf Du, was Ähm Wie schreibt's wenn das? Das wär mal voll gewesen Keiner Da wurde Schazam ist gestummt Was? Sch- Schazam ist gestummt Ja, ich bin, weil ich im Stream am labern bin Ah, so, also Der will uns nicht mit, der will nicht mit uns reden So, also Der will nicht mit uns reden Äh Okay, jetzt spiel mit mit zurück ich komme doch noch du hast glaube ich mein bild gekriegt weil ich wusste nicht wie ich das sonst malen soll alles gut ich hoffe dass es richtig das nächste bild gefällt dir bestimmt wenn du immer nach mir dran dass dann ja keine ahnung aber es könnte passen immer so geil wenn du die bilder auch erst mal raten muss ok was habe ich denn hier für eine kacke ja ich nicht mal jemanden discord einladen hatte wir gibt es nicht die komplette löschtaste hallo hallo wie geht es dir schön dass du mal wieder reintaus hat mich hallo 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 mach ja gut kann ich den also ich schickte mal eben ich habe ja den chat abgedockt ja bitte ich muss ja heute lieb sein heißt das auch ich darf keine bösen bilder mal doch da auf jeden fall du musst aber das andere ich hatte bisher kalter noch keine bösen begriffe das andere ist halt genau ok gut verstanden bin lieb so muss ja noch jung müsse mehr also äh blonne ist ja noch sehr oder war man die muss mir gleich mal sagen ob der link funktioniert hat mischi irgendwann kommt wieder dass ich den begriff zombie habe und dann geht es wieder los äh toxi wollen wir mal den spotlink anklicken wie soll man das malen ja ich habe ja gar ich habe ja gar nichts zu malen gehabt ich habe einfach nur das wieder geschrieben was da steht ja mafi ich wusste ja auch nicht wie es malen soll ich habe ja auch nur aufgeschrieben was auf dem bild stand was kann ich ausmachen was kann ich ausmachen was kann ich ausmachen die ganze stadt irgendwie übermalen ja ich kann es boah aber die komplette Taste gibt es noch nicht oder? äh weiß ich nicht nö nur eine Zurück-Taste oder eine Vor wobei ich verstehe nicht warum man eine Vor-Taste braucht naja wenn du ausprobieren einmal zu lange auf die Zurück-Taste gedrückt hast vielleicht was? hart funktioniert mafi alles klar sauber so oha ich danke für dein Abo Ursel vielen vielen lieben Dank warum kriegen wir bei Widget nicht so viele Leute zusammen? weiß ich nicht das wäre auch geil oder? eine Lobby mit zehn Leuten dann viel Spaß bei dir so viele Menschen ich bin schüchtern nein Spaß ich komme gleich rein ja bis gleich Toxibomb ich warte auf sie komm bei zehn Leuten ging es gestern auch auf sie Blondi du bist ja höflich ähm wir haben da so ein weiß ich nicht wie sich das nennt aber Toxibomb und ich siezen uns das habe ich gestern mitgekriegt wo er gestreamt hat ähm ich trau mich nicht auf fertig zu drücken weil ja irgendwann der Countdown wieder los geht erst bei vier Leuten ja aber wenn ich jetzt drücke und dann aus Versehen noch jemand drückt dann geht es ja los ich drücke auf jeden Fall mal nöt ich bin noch hier man keine Ahnung ich lass das einfach so zum Tod lachen wird es reichen oh in dem vollzüglich alles klar so wie tritt ich euch jetzt bei? äh im Spiele Link für ne Link Kanal für Spiele ist der Link drinnen ah ja gut warte so viele Leute so viele Stimmen hatten wir schon ewig nicht mehr ja ne hatten wir überhaupt noch nie oha so viele Leute 10 Stück? ja waren wir doch das letzte Mal auch letztes Mal waren wir 9 haha da ist ja fast 10 die 9 ist die neue 10 ok so wie die 92 und 93 oder wie fertig ich bin auch fertig ja ja mit den Nerven bin ich schon lange fertig also alle fertig? obwohl ne 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 ich bin noch nicht fertig hä? von 2 auf 1? ok äh Matze hast du jetzt mal bei mir ausprobiert bei mir ausprobiert wegen Abo und so Entschuldigung ne wenn ich jetzt hier komische Werbung Schleichwerbung mache aber es würde mich ja interessieren weil bei Matze ging es nicht geht das immer noch nicht ok äh bei Matze ich weiß es nicht bei den anderen funktioniert es alle alles mit dem Stream oder nicht? Matze kann kein Abo machen? ne wegen Abo abonnieren ist das doof Michi was macht denn dein Hund gerade? Clown ja genau äh fuck keine Ahnung was kommt wo der ist? meine Katze spielt grad Warnflasche auf mein Bein oh das ist doch schön wir haben uns beruhigt und den Kaktus seinen Frieden gelassen noch oder sie wartet darauf mir die Stacheln ins Bein zu rammen könnte auch sein der Abend ist noch jung kann noch viel passieren ja und der Tag beginnt vorzeitig ja jetzt wirst du lachen also muss ich mir noch Alkohol besorgen ja ja da kann man doch nur mit Alkohol ertragen das Spiel oder? so jetzt komm jetzt gehts los jetzt gehts los jetzt gehts los seid ihr ready? oh ja hau rein das wird so episch wenn ich trinke Kaffee wow wow liest er gar nicht vor was das? hä wieso liest die nicht vor? ich bin so doof ich hab ich hab Affe gelesen und nicht Kaffee und ich hab noch gedacht wie so ein Affe der liest gar nicht vor Maffi ich weiß auch nicht was da los ist der liest nicht warum nicht? nein oh mein Kill Döner das ist doch kein Döner oh was für lecker Döner oh nein ok aus Kaffee wurde ein Döner wie geht das denn? ok habt ihr aus meinem gemacht? Kaktus ja oh nein hast du vergessen ja ich wurde nicht mehr fertig welchen Betten das kommt durch? auf jeden die sehen alle so hübsch aus ja ein kleiner gröner Kaktus sitzt draußen ach das soll klein bedeuten Leute ach so Kaktus und ein Schuh alles klar am wenigstens ist Kaktus durchgekommen Kaktus ist durchgekommen was hat ein Shazam gehabt? ups hi Melvis nabelt oh Blondie nice ich glaub ich weiß was draus geworden ist boah war raus damit oh ah das geht ja in die verkehrte Richtung das geht voller in die verkehrte Richtung das geht voller in die verkehrte Richtung Boss Butter oh das sieht gut aus Alien als Logo ich wusste mir kam das Logo bekannt vor ich wusste mir nicht woher ja geil speichern das ist definitiv gespeichert das ist so geil das hat aber ne geile Wendung genommen oh das ist echt direkt gespeichert ja das hatte ich gar nicht woher das hatte ich gar nicht woher aus was ist daraus geworden? Agathe Power Agathe Power alter Shazam du kennst Agathe Power nicht? nee oh ja so was ich gezeichnet hab jetzt komm ich der wird aber von hinten oder? super der ist sehr gut geworden ja aber da ist die Straße wieder die Straße ist durchgekommen ich wusste nicht was Agathe was? Wollweg? kennt ihr nicht das Lied? Agathe Power er soll ja Eis er soll sich umschwiegen oh ich glaub ich ich glaub ich weiß was das war Eiskaffee oh jetzt ich weiß was da rauskommt Eiskaffee Maffee Дunkelbier Ja ich hab Ich verbinde immer einem Bier geil Schwarzbier Maffi Maffi wird schon geil dunkel dunkel jetzt kommt Affe betrunkener affe ich habe ich habe davon nichts nix gesehen ich auch nicht was war dann wenn der mond zugenäht hat ja brain war die maus ok jetzt weiter war das das ich weiß ja das hatte ich aber gar nicht ich wahrscheinlich schon ich habe was ganz anderes gemacht ich habe keine ahnung was das war da habe ich es einfach gibt es in vielen spiel das ist jetzt ich weiß was rauskam bett ja bett also also aus dem wir spiel ist ein bett geworden das musste vor dem bett spielen damit rückwärts ins bett fallen kannst wenn du so weit fertig bist damit meistens hauen wir gegen und was schreibt mafi es war einmal ich wusste nicht wie ich es mal sollte ohne würde zu nutzen das ist aber gut mein buch ist schlecht geschichte bananenmonster mit geschichte wieso bananenmonster was ist das denn alter das ist ein bananenmonster mit geschichte die unendliche killer banane oder was die unendliche bananenmonster geschichte das schwert hat irgendwelche komischen blutungen was kostet das buch ich nehm 10 so toxibomb los zack zack